Okay Leute, da sind wir in the game und ja, das heißt schon mal so schnell wie möglich Tier 2 kommen, sonst sind wir echt am Arsch mit den Pellets hier, aber wir spielen wieder Slowdown, ja, ihr kennt schon, Deadlock, No Way Out und dann noch Discord und zwar, dass die Zombies anzieht, das ist natürlich richtig geil für Nemesis und dann haben wir noch einen Perk, den viele wahrscheinlich nicht ahnen würden, aber I'm All ist tatsächlich ein richtig funny Perk, den ich wirklich sehr gerne habe, oh mein Gott, wie habe ich das gewiffed, wie habe ich das gewiffed gerade, oh mein fucking gosh, geil, gut, sehr nice, sehr nett, okay, weiter, 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 I'm All ist kann nämlich übel spidern, aber hier auch auf dem Bullshit, ja, okay, das war gerade ein bisschen fett fingert, aber okay, schnell Tier 2, aber auf dieser Map wird I'm All ist halt nicht so viel Value bringen können, Was? Okay, Deadlock wäre sowieso gewesen, okay, gut, haben wir mal den ersten Down, fast Tier 2 schon und jetzt schnell einen Hook finden, okay, 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 warte, 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 wo, 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 okay, da ist ein Hook, ich dachte schon, ich könnte sogar einen Zombie Kill, mache ich glaube ich auch, ist glaube ich gerade das Smarteste zu tun, deshalb, komm mal her, Danke, sehr, sehr nett von dir und jetzt müssen wir uns um Pellets nicht mehr so viele Sorgen machen und dich habe ich sowas von gesehen, hast du Sprintle Burst oder wolltest du einfach nur Sneaky sein? Okay, du wolltest nur Sneaky sein, sehr, sehr nice und, oh, die Distance, also ganz ehrlich, ein Change, den ich bei Nemesis machen würde, ist halt einfach, oh, hat er erwartet, dass entweder der erste Hit, also wo sie noch nicht infected sind, dass der halt keinen Speed Boost gibt oder, shit, voll gewiffed, oder, dass halt einfach direkt der Tentakel Move damaged, also das würde ich machen. Wenn man ihn richtig stark machen wollen würde, dann zweiteres und sonst reicht halt ersteres auch vollkommen, weil der Speed Boost, der, der nervt halt einfach nur, der nervt halt einfach nur und macht's, macht's einem als Nemesis Gamer sehr, sehr schwierig und ich würde gerne T3 kommen, deshalb use ich meinen Tentakel so gut wie möglich, Schneider und sieht eigentlich gerade ganz gut aus und es könnte sich halt jederzeit ändern, da drüben haben wir Discord uns gebrockt, das heißt, die Zombies werden so gut wie möglich auch dahin gehen und dann tue ich natürlich jetzt mal so, als würde ich das nicht wissen, kick mal den Generator hier und da unten, warte mal, da unten ist auch jemand ja, shit, egal egal du T-Bagst, aber auch nur, weil hier jemand neben mir ist okay, geil ähm geil sehr gut sehr wichtig, vor allem auch, dass wir T3 jetzt bekommen haben okay sie denkt wahrscheinlich, dass ich jetzt pullen werde oh, smart gespielt sehr, sehr gut, holy shit deshalb ist Enduring auch ein guter Perk tatsächlich auf Nemesis, finde ich um genau für solche Momente hart das ready zu haben oh, was ich hab zu ver- oh, verkackt einfach, einfach verkackt einfach verkackt, leider was? was tue ich hier gerade oh, alles nochmal gut gemacht trotzdem, schwieriges Game okay, komm wir müssen halt, glaube ich, so schnell wie möglich schon jemanden raushandeln ähm Beudi ist das jetzt dein Plan, oder was wird das jetzt ähm war Leon nicht sogar der, den wir auch schon mal hatten weil dann würde ich ihn jetzt raushandeln ihn und sie auf die beiden jetzt zu gehen wäre halt das smarteste Weg dann sind nur noch zwei Leute übrig und hier dürfte eigentlich keine Pellet sein sehr gut da vorne könnt ihr ja pre-droppen wäre gar nicht so bad wo ihr ihn äh gehe ich direkt mal durch und da oben auch pre-drop I guess nicht okay das hätte er besser machen können finde ich mit dem pre-droppen da hätte er viel mehr Value rausbekommen dann und jetzt ist der Down da nice sehr, sehr nice sehr, sehr nice dann dich wiederhucken und da ist sogar offen nice one und dann gehen wir direkt rüber das Ding ist ich bin mir beim vierten Perk Slot immer unsicher und wechsle da echt gerne durch zwischen also einmal erst zwischen Pain Resonance mhm Enduring und sonst halt auch noch irgendein Slowdown man kann auch irgendein Eruption Build oder so spielen natürlich aber muss jetzt halt nicht sein so dich will ich nur infekten mal und dann oh mein Gott da drüben du hast gerade deine Position gezeigt das war nicht so gut das war gar nicht gut von dir das war gar nicht gut von dir also holy shit könnte es sein dass hier in der Ecke sitzt nee okay wir müssen sie so schnell wie möglich rausbekommen also sie muss raus aus dem Game das ist sonst wirklich ein bisschen hart gerade oh da sieht man halt das große Problem von Nemesis wir haben halt keine richtige Gen-Dev wir müssen uns da komplett auf Perks verlassen und das ist halt auch schwierig sag ich mal äh ich werde jetzt auch mehr auf Hits gehen Save the best rather last natürlich auch ein ganz guter Nemesis Perk kann man auf jeden Fall machen wenn man sich noch nicht so sicher mit der Tentacle Perk ist Tentacle Perk genau mit den Tentacle Skills aber ansonsten okay erst mal gucken dass du dead hast so sehr gut willst du hinter mir noch ein bisschen stressen nee okay komm dann machen wir das hier zu ähm ja das war ziemlich scheiße gespielt okay wo drüben da drüben das wird Leon sein sehr sehr gut sehr sehr gut aber muss ja auch fernhalten ja obwohl ist das Leon sehe ich gerade richtig nee äh sehe ich gar nicht sogar sehe ich richtig scheiße falsch sogar hat nicht gehittet und jetzt okay komm so da runter gehen mhm das Ding ist wenn ich Leon finde dann droppe ich sofort den Chase und gehe auch auf Leon oh der ist zwar noch wichtig korrigiert am Ende aber der wird sich jetzt wahrscheinlich smarterweise ziemlich gut verstecken ah da bekommen wir einmal wirklich denn einmal ihrs play und dann wird der so executed boah das habe ich gar nicht mehr hinbekommen schade boah was Leon du dummer das ist so dumm von dir also Leon das war nicht smart das war nicht smart wo ist er hin wo ist er hin nein er ist weg wo ist er Leon hier irgendwo hin ja 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 komm komm meine Arme Homie komm meine Arme ich liebe dich doch Homie wo bist du hier drin wo bist du Leon ich habe keine Ahnung scheiße das könnte mir jetzt alles ver- zauen egal wir müssen ihn holen der Rest ist egal der Rest ist egal keine Pellets hier äh er nimmt den Wolf wahrscheinlich sogar nicht oh mein Gott das ist so gut weil da muss ich nicht um meinen Tentacle-Hits gehen und kann auch einfach auf normal spielen und dann gehe ich hinterher sie haben die Generatoren noch nicht so weit glaube ich meine Analyse nachzufolge jedenfalls nicht okay das könnte jetzt richtig close werden mit dem Hit nee nicht mal nicht mal close nicht mal close fuck und da ist glaube ich noch die Pellet okay infected aber Frage ist ob uns das jetzt noch was helfen wird weil die haben glaube ich wirklich sehr viel Chain-mäßig dabei deshalb glaube ich dass das noch schwierig werden könnte oh mein Gott nein die Chams nochmal da runter okay mh dann gehe ich hier runter und hoffe einfach dass er dumm ist ja geil richtig richtig gut oh nice gut gemeint gamed und jetzt hoffen jetzt hoffen und beten aber dass der hier ist ist schon mal ein gutes Zeichen dass sie nicht an anderen Spots sind weil wenn sie jetzt zwei Generatoren gleichzeitig gemacht hätten dann wäre das ein riesiges Problem gewesen aber so kann ich es noch halten wenn die Generatoren nicht zu weit sind oh nein ich habe Stuckaboh oh nein bitte nicht gönn doch ähm wie sieht es aus schnell den Hit einfach bekommen okay was das war drauf das sehe ich nicht das sehe ich nicht ja der war drauf der Hit war drauf das ist Betrug das ist vollkommener Betrug leider oh ich habe mir wirklich gedacht dass er das jetzt playt boah gut korrigiert nochmal und boah 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 die sind auf jeden Fall koordiniert ähm wie sieht es aus homie wie sieht es aus warte wudel wuh willst du ein CJ machen komm wäre ich voll für mhm okay er könnte dann Breakable haben und sie sprechen sich gerade übelst gut ab könnte alles sein ich hoffe es einfach mal nicht also wirklich da besteht gerade nur Hoffnung für mich ähm okay hier unten sind die Pellets halt so gut wie weg was blockiert mich hier die Pellet hat er noch fuck den Hit habe ich und es wirkt ganz gut gerade okay komm was oh mein Gott boah nice sehr sehr nice komm mit komm mit homie ich zeig dir einen Spot der dir gefallen wird hab ich überhaupt genug Hooks dann für David ich weiß es nicht und es könnte natürlich auch sein dass sie jetzt Deliverance mhm aber ich hab natürlich noch immer Slowdown oh da bist du ja schon ja dann hab ich Mock für dich äh Power Struggle wäre eine Möglichkeit ist aber sehr selten deshalb gehe ich mal nicht davon aus ja sehr gut und unser Boydie der wartet ab also für mich heißt das jetzt dass du eventuell Deliverance hast weil er hat drüben so abgewartet oh oder du pullst einfach die 4% 3 4 5 6 7 8 9 10 10 und was hab ich mich verzählt kann ich nicht zählen ich weiß es nicht es kann auf jeden Fall sein dass ich mich verzählt hab aber juckt jetzt auch nicht groß solange du keinen Decisive Strike hast jedenfalls aber als ob er halt wirklich die 4% pullt also Deliverance hätte ich ja noch für möglich gehalten aber die 4% sind halt schon ein bisschen frech ne aber ist okay wir haben den 4K auf the game wo Nemesis natürlich extremst scheint solange man ihn in early in tier 2 bekommen kann richtig richtig geile Runde und ich frag mich halt echt wie dieser Fettklotz hier in diesen Schneemann rein kann so nicht anders will ich das sehen ja was ist mit dir Brunnhilde Stern geil das ist nicht ne Rocky Dead das ist Nemesis geil sehr sehr geile Runde richtig Hype und einmal es könnte noch so viel mehr sein aber auf der Map leider nicht so gut zu sehen was für eine Value das bringen konnte noch und ja Leute wow 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 geiles Bild geile Runde ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffe ihr seid auch Nemesis Mains weil Nemesis einfach the GOAT ist das das ist das ist das